Marius, bist du bereit? Ich bin bereit. Ach, der Marius ist da drin? Hä? Tanja bleibt das beiß. Ich bin gelb. Achso, du bist nicht drin, okay. Ne, ich bin gelb. Ich bin gelb. Ne, du bist blau. Jetzt bin ich blau und jetzt ist sie gleich gelb. Wieso bist du im Burger? Der ist geil. Here we go. Here we go. Ich habe einen neuen Spielmodus bekommen. Und zwar... Weichen der Boden. So. Ich habe auch Weichen der Boden bekommen. Ah, okay. Doppelsprung. Bomben fangen. Wer hätte das gedacht? Let's go. Warte auf andere Spieler. Warte auf andere Spieler. Yeah. Was? Fangen habe ich die Bombe? Hier, fangen wir. Halt mal. Nein! Nein! Oh mein Gott, ich bin da runtergefallen. Warum habe ich die schon wieder? Weil du der Erste bist. Ja, ich bin voll der Erste. Oh. Nein! Das war geplant. Gibst du zu. Ich heule. Farbrausch. Oh yeah. Ich bin der Vampir. Der Vampirlor. Und ich heule hier. Mit pinker Farbe. Weil Vampire sind pink. Okay. Und glitzern. Du bist blau kann das sein. Dann wechselst du mit einer. Ja dann halt. Nein! Boah! Habe ich dem Marius die ganze Arbeit weggenommen. Der gemacht. Statischer Sprung. Oh, Marius! Nein! Oh, scheiße. Was muss ich hier bewegen? Ja. Hallo, Tanja. Dann zeigt er mir wieder eine schlechte Verbindung, ey. Tanja, laufen wir über den Knopf in der Mitte. Nein. Oh mein Gott, das war krass. Oh, der ist eingeschossen. Oh je, ist der Leo. Weiß ich nicht. Kann man noch mal stehen? Oh, das... Wer sagt mir? Schaffen wir das irgendwann bis zum Ende? Hm, vielleicht in 10 Jahren? Nein. Ah! Ich komm hier nicht. Ja! Scheiße! Imokachimaseyo! 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 Nein, zwei Punkte gekriegt. Bodenlos! Yay! Ich mag den Modus überhaupt. Ach ja, man hat der Doppelsprung. Weg da! Was, ich meine Doppelsprung? Ja! Ja! Ich bin oben reingesprungen. Ja! Wirklich! Drei Millisekunden. Fallende Blöcke. Oh mein Gott, war das knapp. Nein! Oh, ich bin auf einen draufgefallen. Ja, auf mich. Nein, auf einen fallenden Block. Draufgefallen. Komm Leo, wähl nochmal einen neuen Mutator. Ich will nicht die ganze Zeit Mutator sein. Mach's aus. Bis alle Reiche haben. Was? Licht aus? Ja, Licht aus. Komm, Licht aus ist geil. Was ist denn das überhaupt für ein Modus? Weichender Boden. Oh. Ähm. Oh! Oh! Du hast wieder reingeschubst. Hä? Sorry. Die, die anfangen zu blinken, die werden dann zu kaputten. Also so. Es haben nicht alle geblinkt. Genau, ja. Man muss welche finden, die nicht blinken, ne? Was ist das? Statischer Sprung. Steht immer oben. Komm her, Burger. Danke. Was? Da unten war einer. Ich war gefangen. Scheiße. Warum ist hier so viel Farbe? Weil da alle gestorben sind. Oh! Was passiert jetzt? Sudden Death. Sudden Death. Oh! Dann verliert ihr alle nach und nach Leben. Hä? Verliert Leben. Ah! Und was heißt das? Wie habe ich das jetzt gewonnen? Äh, weil Tanja in ein Ding reingesprungen ist. Speedolan. Was haben wir können? Ah, ja. Oh, nein! Oh, fuck. Ja. Stebt hier bitte mal alle. Du hast es nicht drüber geschafft. Das ist normal. Ich bin zu spät gesprungen. Habe ich die ganzen Punkte gekriegt dafür? Ich habe die Punkte bekommen, weil ich am weitesten gesprungen bin. Ich bin da nicht reingesprungen und nicht reingelaufen. Äh, bodenlos. Okay. Tanja? Ja. Oh, da hat mich jemand runter. Ja, ich habe das mal gewonnen! Oh mein Gott! Verdammt lang überlebt ich diese Runde. Ich weiß nicht, warum ich die generell verliere, aber ich verliere übrigens die ganze Zeit. Ja, deswegen bist du auch letzter, gell? Das tut mir leid, aber diesen Job halte ich mir immer noch vor. Letzter zu sein, das ist es meiner. Ich bin 2, Leo. Du bist Nummer 2, ja? Achso, du meinst insgesamt. Ich mein diesen Modus hier. Achso, diesen Modus. Ja. Keine Ahnung. Das kann ich nicht so tun. Ja! Ich verliere den immer. Aber, das ist komisch. Aber ich bin irgendwie ein bisschen schlecht in dem Spiel. Oh damme tak. Bomben fangen. Oh nein! Nein! Oh! Hä? Nein! Nein, 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 nein! Ohhhh! Ohhhh! Muss man da irgendwas drücken, um die abzugeben? Ne, einfach nur reinlaufen. Ja, halt mal! Scheiße! Ja! Ohhhh! Also ehrlich, du hast mich nicht berührt. Ja, aber vorhin wurde ich auch nicht berührt und ich habe es bekommen. Mach die Mutation aus, bis ich die Mütter werden kann. Ja, ich mach die nächste Mutation aus. Was war das? Die Mutation. Warum? Weil eh nur ich mache. Oh Gott, ich bin die Langsamste. Das habe ich nicht bedacht bei ihm. Oh Mann. Ich habe mich selbst in einen reingeschossen. Ne, ich habe dich reingeschossen. Ja, ich bin aber von mir aus gegen dich gelaufen. Oh. Ich habe es oben drüber geschossen. Scheiß. Button Gameplay ey. Das sind Taktiken. Oh nein, Schnelllauf und ich bin der Langsamste. Ich bin der Schnellste, das ist scheißegal. Scheißegal. Siehste? Oh, ich komme halt nicht so weit. Scheißegal. Ach, man kommt auch in der Mitte durch. Scheiße. Ja, den Weg kennst du schon. Dann ja, weil ich. Sehr gut, Leo. Keine Punkte gekriegt. Siehste? Ich weiß sie immer noch richtig. Bei mir werden nicht einmal Punkte angezeigt. Ach, es gibt keinen Doppelsprung mehr. Scheiße. Ein Loch. Ich bin langsam. Oh. Nein. Also, wenn da nichts gewollt, ich glaube, das war jetzt reiner Zufall. Das ist wirklich zeitgleich gefallen. Geh weg da, Tanja. Geh weg da. Nein, nein, nein. Oh, bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Nein, dass ich den Spiel attache. Oh nein. Oh nein. Farbrausch. Aber ich bin langsam. Okay, alle Leo nachlaufen. Ja, lass mal machen. Da ist Leo. Da ist Leo. Das macht dir ja gut. Das macht dir richtig gut. Auf jeden Fall laufe ich unter ihn. Aber man kann auch die Wände berühren. Ja. Man kann alle Wände berühren. Alle Blöcke. Ist auf die dunkelgrauen oben. Ich hab kein Wunder, dass ich das nicht vorhin mal verloren hab. Oh, ich weich in der Boden. Oh, das ist dein Lieblingsmodus, ne, wie Leo? Was? Ich hab den erst einmal gespielt. Ja. Ach so. Oh! Junge! Was ist der Scheiße? Warum hast du mich geschossen? Yay. So hektisch. Marios, warum bist du plötzlich so... Bitte was? Du bist voll in mich reingelaufen. Ich hab mich teleportiert. Bin einfach in den Teleporter gesprungen und wusste nicht, wo ich rauskomme. Dafür war keine Zeit. Boom. Oh cool, der ist cool. Ich hab Tank bekommen. Ich hab den geilsten Charakter ever. Und ich hab Mutationen. Und ich hab noch... Und ich hab auch Mutationen. Ich hab auch Mutationen. Ich hab keine Mutationen. Waus kriegst du am Leder 4? Lass mir dann Mutationen drin, wenn drei Mutationen nutzen können. Ne, 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 lass raus. Ähm, ich würd jetzt auch eben erst gerne einkaufen gehen, sonst wird das zu spät. Okay. Hab ich den geilsten? Ich hab den, ich hab den bekommen. Oh, geil. Warum passen wir zusammen? Den hab ich bekommen. Ich bin sozusagen Schlupapier. Achso. Oh. Was ist das? Yeah. Ich bin Bill. Bullets Bill. Birdie. Dann mach mal Pause, oder? Ja. Ja oder so. Jo. Alles klar.